Willkommen zu einem Wochenausblick im Silber. Mein Name ist Frank Schuh von Eldad Waver Live. Hier im etwas vergrößerten Bild im 4-Stunden-Chart sehen wir die grundsätzliche Entwicklung des Silbers hier in grün gestrichelt. Sind wir gerade dabei, oben eine erste Impulswelle, die 1 auszubauen. Das voraussichtliche Ziel wird bei 22,80 liegen, aber dazu habe ich gleich noch kurz was zu sagen. Anschließend erwarte ich wieder einen Rücklauf in der Welle 2 in den Bereich von 19. Die Welle 1 kann und darf auch schon früher zu Ende gewesen sein. Das muss sich also noch zeigen. Das kann auch hier in diesem Bereich sein. So wie derzeit die Wellenstruktur aussieht, ich habe das bis ins kleinste Detail durchgerechnet, ist es aber wahrscheinlich, dass sie hier erscheint. Hier bleibt aber ein Ausrufezeichen, ein Achtung. Das heißt, wenn man nun hier diese 2 abwartet und dann das noch mitnehmen möchte, das ist ja noch ein ganzes Stück, was man handeln kann, dann muss man definitiv hier unten, spätestens hier unten, wo die Make-or-Break-Linie liegt, den Stopp setzen. Das würde dann vom Prinzip her so aussehen, man würde jetzt zum Beispiel hier einsteigen. Hier die Make-or-Break-Linie ist dann der Stopp und würde das Ganze quasi bis hier oben durchschalten. Auch hier noch ein Hinweis, man weiß hier nie genau, endet sie hier, endet sie da oder endet sie hier oder vielleicht noch ein bisschen höher. Von daher ist hier auch ganz wichtig folgende Technik, dass man steigt in den Markt ein, sofern man nicht ausgestoppt wird und der Markt in die gewünschte Richtung geht, wartet man also erst ab, bis diese 2 wieder überschritten wird. Dann zieht man den Stopp über den Einstieg und so kann man dann abwarten, bis die 3 beendet wird. Und wenn man dann den Eindruck gewinnt, das werden wir natürlich auch in unseren täglichen Lives noch besprechen, wenn man dann den Eindruck gewinnt, dass hier ein Rücklauf stattgefunden hat, dann kann man anschließend wieder mit dem eigentlichen Stopp gut über die 1 hinausgehen. Und wenn dann wiederum der Kurs in der 5 über das letzte Hoch hinausgeht, dann kann der Stopp bis an die Unterseite der 4 nachgezogen werden. Und von da ab ist ja quasi in der Welle 5 der Kurs auf den letzten Metern. Da zieht man ihn einfach immer mit einem gewissen Abstand stückchenweise nach. Ja, viel mehr möchte ich jetzt auch gar nichts zum Silber sagen. Da ist jetzt noch Bewegung drin. Aber wie ich schon eben erwähnte, die Gefahr ist, dass die Welle 1 sich schon vorher ausgebildet hat. Und sie kann auch genauso gut länger werden, was aber ja bei diesem Trade eher erwünscht wäre. Das Risiko ist aber, dass sie wesentlich kürzer ist. Deswegen knappe Stopp setzen und verstehen Sie das hier nur als Studie und nicht als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Das ist keine Anlageberatung hier. Und Sie sollten immer sich des Risikos bewusst sein. Lesen Sie bitte den Hinweis in der Videobeschreibung zum Risiko. Und ansonsten freue ich mich, Sie in der Discord-Gruppe begrüßen zu dürfen. Wieder ab Montag, dann bekommen Sie sehr klare Signale bei YouTube und bei Discord montags bis freitags live. Morgens, meistens ab 11 Uhr. Und die Kommunikation in der Discord-Gruppe, die geht per Audio- und Videochat, sodass man sich da vernünftig unterhalten kann. Sie finden alles Nötige dazu in der Videobeschreibung. Ich danke Ihnen, schönen Sonntag noch. Mein Name ist Frank Schuh und Elliot Wilber live.